Es hat keinen Sinn. Nicht innehalten, sonst übermannt euch die Dunkelheit. Los jetzt! Warum? Frag nicht! Lauf lieber! Alles in Ordnung? Ich habe Kairi entführt, aber sie ist mir entwischt. Und danach hat Sykes sie sich geschnappt. Er gehört der Organisation 13 an. Sykes! Kannst du dir das merken? Dann geh und rette sie! Lasst uns in Ruhe! Dann gehst du nur an. Dann gehst du noch an. Dann gehst du noch an. Dann gehst du noch an. Ich bin mein Glutler-F kurz vor. Dann gehst du noch an. Und da! In das! Schönbleibler! Schönbleibler! Sicher arms! Und da! Jawohl! Und da! Heilung! Schönbleibler! Jawohl! Und da! Schönbleibler! Und da! Schönbleibler! Wauw! 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 Schönbleibler! Schönbleibler! Wauw! Schönbleibler! Das war's für mich. Dann bleiben wir! Mir war's lieber, als sie noch auf meiner Seite waren. Und, bereust du's etwa bereits? Unsinn. Ich komm mit denen schon klar. Wirst schon sehen. Wahnsinn! Du löst dich auf. Das passiert. Wenn man seine ganze Existenz in einen Angriff legt, kannst du mir folgen. Nicht, dass niemanden überhaupt existieren würden. Was? Aber ich schweife ab. Geh, such Kairi. Ah, und was ich ihr angetan hab, es tut mir echt leid. Wenn wir sie finden, kannst du ihr das selber sagen. Lieber nicht. Das käme nicht von Herzen, verstehst du? Denn ich hab ja keins. Axel, was hattest du eigentlich vor? Ich wollte Roxas wiedersehen. Er war der Einzige, den ich mochte. Er gab mir das Gefühl, ein Herz zu haben. Irgendwie schon seltsam. Bei dir ist es genauso. Kairi ist im Schlosskerker. Geh jetzt! Axel. Es geht´s Mundi, wenn du die nächsten Mal wirst. Was warst du? Untertitelung des ZDF, 2020